Ich probiere nochmal einen Test. Hitchcock hat ja gesagt, wenn man eine Message hat, soll man zum Postamt gehen. Trotzdem heißt es nicht, dass wir hier sinnloses Zeug aneinander basteln. Wir haben uns beide gefragt, Klaus Grünberg und ich, wie weit kann man damit gehen? Kann man ein Stück machen, was nur eigentlich aus der Abwesenheit von Personen und aus der Aufmerksamkeit gegenüber den Materialien, den Dingen, den Gegenständen, den Kräften, die wir nicht ganz durchschauen, besteht. Ein Stifter ist ja nicht jemand, der wirklich die Natur so beschreibt, wie sie ist, sondern der durchaus ästhetisiert und der rhythmisiert, der auf eine rituelle Weise mit Wiederholungen arbeitet, in denen eine große Abstraktion eigentlich steckt. Das ist etwas, was mich überhaupt einer künstlerischen Erfahrung interessiert, weil nur dann ist sie, glaube ich, übertragbar. Da war immer noch, eigentlich nicht ganz gut, denn es in der 착unden curte so ziemlich gut wie wie sie verdoo었어요. Ich erau so etwas, was mir który davon hat, weil heute dieser viele Krankheiten, dass es die Geschwindig lebend ist. Was? Aussch! Untertitelung des ZDF, 2020